Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier unter UpsetsTV. Und ja, endlich mal wieder eine Runde Bad Wars und zwar die 20. am Stück. Deswegen habe ich auch eine 8x1-Map rausgesucht. Da habe ich das Video wieder so ungekantet hochgeladen, einfach nur. Und zwar ist es eine 8x1-Map, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Map Flowers. Und ich habe ewig kein Bad Wars oder generell auf Combo gespielt. Das ist echt so schlimm, mich da wieder reinzufinden. Dort komme ich nicht durch. Und dort auch nicht. Und dort auch nicht. So, einmal kurz Bett eingebautchen. Und ja, aber die Mitte ist so weit entfernt. Und der baut sich zu mir rüber. Aber okay, das war es dann wohl mal. So. Wenn der es so will, dann gehe ich erstmal zu ihm. Und der ist gelieft. Ich baue das Trippett trotzdem nochmal ab. Ach, diese Leute, die mal liefen, ne? Es ist so unnötig. Leute, bitte lieft nicht. Nur weil ihr mal tot seid, also. Das ist echt so unnötig. Ich gehe von da wieder rein. Es ist halt so krank. Es ist echt so lächerlich, ne? Zu liefen, nur weil man gestorben ist, ne? Dann muss man wenigstens auf dem Tod stehen, ne? Ich bin mal gespannt, was das noch für eine Runde hier wird. Psiu, psiu, psiu. Oh, ich bin zu dumm. Was mache ich eigentlich gerade? Okay, es ist keiner in der Mitte. Da sind in der Gegenüberliegende. Oh mein Gott! War das knapp, Alter. Was geht hier gerade ab? Ich hoffe, mein Bett ist nicht betroffen. Da ist gerade gar nicht hin. Oh, also. So, keiner ist auf jeden Fall derzeit in der Mitte. 20. Ist auf jeden Fall nice. Da ich jetzt auf deine Mitte kommen werde, mache ich mir jetzt erstmal hier, zack, und kaufe mir jetzt erstmal zwei Thronen davon und einen Bogen. Ne, aber nicht den 13er, den 7er. So, dann werde ich dort das alles reinpacken. Das und das und das und eine Hälfte der Äpfel und ja, dann dort den Bogen mir jetzt endlich gekauft. Ja, und feinat. Okay. Und dort das andere, damit ich dort das direkt mal reinpacken kann. Wenn ihr wischt, war die mine. So. Zaggig, knaggig, maggig, knaggig. So. Dann werde ich jetzt erstmal mehr was. Egal. Ich hab hier zwar noch mehr drin, da jetzt auch, aber ich geh erstmal den Gegner hier. Damit es mal ein bisschen Action hier gibt. Oh Gott. Schon wieder so knapp, ne? Ist der AFK der Typ? Weiß ich nicht, ob der AFK ist oder ne, oder nur so tut. Okay, ich glaube. Glaubt der nicht. Okay. Ich hab auf jeden Fall muss ich. Digga. Okay, das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Ich hab nur Angst, dass der zu mir jetzt geht. Okay. Okay, das war auf jeden Fall intelligent von ihm. Egal. So. So. Dann. Der wahrscheinlich. So. Hol ich mir dort einmal eben kurz. Das. Das. Und. Da hat das nochmal drum. Dann wollen wir mal. Sorry, dass du wenig redest. Ich bin letztendlich. Ich bin echt immer so angespannt, ne? Das kennen Leute eventuell, die in meinem Server-Team sind. Die kennen das. Ähm. Ja. Ich baue mich jetzt dort einmal rüber. Aber. Ist auf jeden Fall okay. Ich muss mir nur eben eine bessere Spitzhacke holen. Kraften. Ähm. Bop. Bop. So. So. Das machen wir alles hier rein kurz. Sorry, dass ich mir Äpfel kaufe, Leute. Aber. Ich finde die Äpfel einfach gesünder. Ja, ja. So. Bett von dem Schwarz wurde abgebaut. Okay. Oh shit. Krasse Sache. Muss ich sagen. Es lebt nur noch. Thema Rot. Zugleich mit mir. Könnte ein hartes Battle werden. Er könnte natürlich noch gewinnen. Klar. Weil ich bin eh nicht so gut im PvP momentan. Hat man ja gemerkt gerade. Meine Hände schwitzen total. Weil ich ganz aus dem Sneaken bin. Aber egal. Ich hätte mir eigentlich noch eine Dings-Rettungsplattform kaufen sollen. Beziehungsweise können. Aber habe ich jetzt dann doch sein gelassen. Und wenn wir jetzt die Blöcke noch rausgehen. Ist das schon? Ne, das ist auch nicht Thema. Okay. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo das Team jetzt ist. Was hier auch gemacht wurde, ne? Das ist Team Gelb. Da ist Team Grün. Ja, Team Grün lebt noch. Also Team. Ich weiß nicht, wie das jetzt ablaufen wird, Kollege. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu mir rüberläuft. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, der hat mich doch noch gekriegt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss auch mal eben kurz... Ich muss auch mal kurz... Dann... Alles noch im Rahmen des Machbaren. Leute, nur wegen dem einen doofen Tod, der wirklich dumm von mir war, hab ich den... Achso, ich hab den auch. Krasse Sache. Jetzt muss ich nur schnell auf diese Insel kommen. Weil dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Oh Gott, er hat's schon gesehen. Fuck. Oh, halbes Herz. Oh mein Gott. Halbes Herz. Yo. Alter, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Ich kaufe mir jetzt mal Fleisch. Der Typ, der macht mich einfach nur fertig. Das hab ich jetzt nicht. Der hat nur ein... Das Problem ist, der hat echt viel schlechteres Equipment. Also ich... Noch so ein Fehler darf ich nicht machen. Der Typ. Wo ist der? Wo ist der? Obwohl ich den Goldvorteil habe, ist der echt nicht schlecht. Als ob der mich gekriegt hat. Wie dumm bin ich eigentlich? Wirklich? Das... Also... Wie dumm... Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wie dumm kann ich eigentlich sein? So, ich muss mir jetzt mal Folgendes machen. Ich muss mir jetzt den holen. Hol mir dann noch... Ganz flix den... Dreizehnerbogen. Und dann noch... Wenn ich da rankomme... Das... 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 Ich hätte nicht gedacht, dass dieser so gut sein wird. Er kriegt mal ein Bett, oder? Nein, er kriegt mal ein Bett. Er kriegt mal ein Bett. Er kriegt mal ein Bett. Ich glaube nicht. Er kriegt mal ein Bett. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Auf hier, auf hier, auf hier. Oh Gott, das wird nochmal richtig spannend. Er ist halt mega gut in PvP, ne? Und auch generell so, deine Taktik ist einfach nur göttlich. Aber... Ey, es ist echt normal. Wie krank dieser... Der Typ macht mich fertig. Der macht mich einfach fertig. Ich muss meinen Bogen halt vollkommen... zum Ausnutzen bringen. Ich muss einfach ganz nach oben gehen. Ah, dann kam der ja nicht vorbei. Nicht vorbei, ne? Es ist halt echt so knapp immer, jedes Mal, ne? Ich komm halt... Hier geht's nicht mehr runter. Das ist halt so knapp. Das ist halt so knapp. Oh mein Gott, Leute. Dickes... 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 Dickes GG. Alter. Der war echt krass. Krass, Ausrufezeichen. Oh mein Gott. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Haus da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Ciao, ciao.